Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video zeige ich euch, welche Studio Tweaks ich alle auf meinem iPhone habe. Viel Spaß! Seitdem JZJWig draußen ist, habe ich ja schon einige Videos gemacht zu den Top Studio Tweaks und ich habe sehr viele Anfragen erhalten, ob ich nicht mehr zeigen kann, welche Tweaks ich jetzt jeden Tag so auf meinem iPhone benutze, welche ich drauf habe. Fangen wir auch gleich mit dem ersten Tweak an. Dieser nennt sich Android Lock XT und ist ein Tweak für den Lockscreen, um sein Gerät auf andere Art zu entsperren. Finde ich persönlich wirklich sehr, sehr cool. Der nächste Tweak ist ein Tweak für das Springboard und damit hat man die Möglichkeit, so Wassereffekte, so Welleneffekte beim Wischen des Homescreens. Das sieht wirklich sehr schön aus und mit einer Verbindung mit Barrel zusammen, da kann man dann hier noch so Effekte einstellen, wenn man jetzt die einzelnen Seiten des Homescreens wechselt. Dies ist wahrscheinlich der Effekt, den Barrel so populär gemacht hat. Insgesamt kann man zwischen sehr vielen verschiedenen Effekten wählen. Der nächste Tweak ist ein Tweak für die Musik-App und somit hat man dann ein anderes Design und mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Durch diesen Blurred-Effekt wird die Musik-App nochmal deutlich aufgewertet und ich hätte auch nichts dagegen, wenn es in den nächsten iOS 7 Versionen standardmäßig dabei wäre. Cam Blur ist ebenfalls ein Tweak, der das Design ein bisschen aufwertet und zwar haben wir das Ganze hier bei der Kamera. Auch hier haben wir jetzt so einen kleinen Blurred-Effekt, das dadurch entstandene neue Design sieht, wie ich finde, etwas frischer, bisschen neuer und irgendwie auch mehr nach iOS 7 aus. Normalerweise kann man ja im Dock nur vier Apps anzeigen lassen. Mit der Tweak 5-Icon-Dock für iOS 7 lässt sich dies aber umgehen und zwar haben wir hier die Möglichkeit, einfach fünf Icons im Dock abzulegen. Für mich ist 5-Icon-Dock eine Must-Have-Tweak für das iPhone. iOS 7 hat weitere versteckte Features, die mit der Tweak Hidden Settings 7 über das Control Center erreicht werden können. Hier kann man zum Beispiel beim Ordner jetzt einstellen, dass sie nicht mehr einen transparenten Background haben oder dass man die einfach mit zwei Fingern schließen kann. Mit der Tweak kann man natürlich noch ganz viel weitere Sachen verändern, aber das kann ich jetzt alles gar nicht im Video zeigen, da muss man sich einfach so ein bisschen durchforsten. Mit der Tweak i-File hat man die Möglichkeit, auf das Dateisystem zuzugreifen. Hier sollte man aber auch wissen, was man macht und nicht einfach willkürlich irgendwelche Dateien umschreiben. Ich habe das Ganze aber schon benutzt, um einige Tweaks zu modifizieren, da ist das manchmal nämlich ganz sinnvoll. Ein weiterer für mich Must-Have-Tweak ist Live-Weather-Icon. Hiermit hat man dann das aktuelle Wetter direkt auf dem Icon angezeigt. Das Ganze funktioniert nicht nur beim aktuellen Standort, sondern bei allen Orten, die man jetzt in der Wetter-App drin hat und das Ganze ist sogar auch mit aktuellen Animationen verbunden. Sieht wirklich richtig gut aus, wie ich finde. Wem das Design in der Nachrichten-App ein bisschen zu langweilig ist, kann das auch ein bisschen verändern mit Messengers Customizer. Ich habe hier so ein bisschen mal rumgespielt und wenn man jetzt bei den Nachrichten bei mir scrollt, dann verändern sich hier auch so die Farbtöne. Hier hat man wirklich sehr viele Einstellungsmöglichkeiten und Farbvarianten. Man kann hier wirklich sehr, sehr viel rausholen. Bei I7.1 in der Beta gab es ja auch schon die schwarze Tastatur und das geht jetzt auch wieder mit einem SIDA-Tweak, mit dem SIDA-Tweak Blord und somit hat man jetzt iOS-übergreifend die schwarze Tastatur. Ein dritter Must-Have-Tweak ist für mich Swipe Selection. So kann man jetzt per Swipe auf der Tastatur einfach den Cursor schnell hin und her bewegen und kann jetzt den Text nochmal nachträglich ändern. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, meine Icons auf dem Springboard haben ein anderes Design, nicht das iOS-typische Design und das Ganze geht mit der Tweak Winterboard. In meinem Fall habe ich das Theme Aura installiert. Das finde ich wirklich, ich habe auch schon mal ein Top 5 Winterboard-Themes-Video gemacht. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es gibt in SIDA Unmengen an Themes. Da gibt es wirklich eine riesengroße Auswahl an Themes. Da ist eigentlich für jeden das passende Theme dabei. Wenn ihr denn sagt, dass euch die iOS 7-Icons etwas zu langweilig sind. Das Ganze sollte es auch schon wieder im Großen und Ganzen gewesen sein. Ich habe halt sehr viele Anfragen bekommen, ob ich nicht mal ein What's on my iPhone der Cydia Tweaks machen kann, die ich hier auf meinem iPhone installiert habe. Das sollte jetzt das Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch einfach einen Daumen nach oben oder abonniert mich unten, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut auch gerne nochmal auf Twitter und Facebook vorbei. Da erfahrt ihr immer, wann neue Videos kommen und so weiter. Ist auf jeden Fall mal ein Klick wert. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.